Rente mit 63. Muss ich bis zum Rentenbeginn weiterarbeiten, um die Altersrente zu bekommen? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Rente mit 63 ist vielen Menschen wirklich extrem wichtig. Oft geht es um Fragen wie dem Rentenbeginn mögliche Abschläge oder eventuell auch den Hinzuverdienst zur Rente. Folgende Frage erreichte uns auf rentenbescheid24.de. Ich bin 58 Jahre alt und habe laut Rentenauskunft 38 Jahre Beitragszeiten erreicht. Ich will mit 63 in Rente gehen. Mit 60 will ich komplett aufhören mit Arbeiten. Ein Bekannter von mir erklärte mir, dass ich bis zum Rentenbeginn durcharbeiten muss, ansonsten gibt es keine Altersrente. Stimmt das? Nein! Nein! Meine Damen und Herren, alle vier Arten der Altersrente in Deutschland setzen im Kern folgende Anspruchsvoraussetzungen voraus. Das Erreichen eines durch die Altersrente bestimmten Lebensalters, unter anderem entweder für den frühstmöglichen Beginn oder abschlagsfreien Beginn, und eine bestimmte Mindestversicherungszeit, die Sie bei Rentenbeginn nachweisen müssen. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen noch den Grad der Behinderung 50. Keine Voraussetzung ist es, dass Sie vor Rentenbeginn einer Altersrente eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit zwingend durchführen müssen. Das heißt also nicht, dass Sie ein halbes Jahr vor der Rente noch arbeiten müssen, damit Sie überhaupt erst einmal Anspruch auf diese Rente haben, wenn Sie ansonsten alle Voraussetzungen erfüllt haben. Sie können also selbst entscheiden, ob und wann für Sie Ihre Tätigkeit oder Beschäftigung vor Rentenbeginn endet. Wenn Sie genügend Geld auf dem Konto haben, können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Dies kann auch fünf Jahre vor Rentenbeginn sein. Entscheidend für die jeweilige Altersrente, die Sie nach deutschem Recht beantragen wollen, ist nur, dass Sie am Tag des Rentenbeginns alle Voraussetzungen, also auch die Mindestwartezeiten erfüllen. Bei einer Rente mit 63, wissen wir, als Altersrente für langjährig Versicherte, muss ich 35 Jahre Wartezeit erreicht haben. Das heißt aber nicht, dass ich die 35 Jahre Wartezeit direkt am Tag sozusagen erfüllen muss, sondern Sie müssen einfach nur vorliegen. Das heißt, Sie können auch fünf Jahre vorher schon die 35 Jahre Wartezeit erreicht haben. Wenn Sie also vorhaben, eine Auszeit vor Rentenbeginn zu nehmen, ein Sabbatical oder generell aufhören wollen zu arbeiten und vom Ersparten leben zu wollen, dann machen Sie bitte folgendes. Sie holen sich vorher bitte eine Rentenauskunft ein von Ihrer Rentenversicherung, prüfen Ihre Wartezeitvoraussetzung. Das ist das Wichtigste, damit Ihnen bei Rentenantrag keine böse Überraschung droht. Wenn da noch Wartezeit fehlen sollte, können Sie gegebenenfalls, wenn Sie aufhören wollen zu arbeiten, freiwillige Beiträge noch einzahlen. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie bei einem längeren Zeitraum, in dem Sie nicht in die Rentenkasse einzahlen, möglicherweise Ihren EM-Rentenschutz verlieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.